Ein Text für die C1-Prüfung Gesundheit Was könnte man machen, um die Gesundheit zu verbessern? Heutzutage ist der gesundheitliche Zustand der europäischen Bevölkerung sehr gut, weil Zugang zum Gesundheitswesen haben und viele Leute auf ihre Gesundheit achten. Ich selbst arbeite als Lehrer in einer Mittelschule. Dort kann man Gesundheit unterrichten. Das heißt, der Lehrer hat die Gelegenheit, die Schule aufzuklären, dass die Gesundheit wirklich wichtig ist. Die Schule kann Projekte gegen das Rauchen machen und dabei erklären, was passiert, wenn man raucht. Außerdem rauchen ist auch laute Musik für Schüler gefährlich. Wenn man in der Jugend zu viel laute Musik hört, kann man im Alter taub werden. Lehrer können diese Situation erklären und zum Beispiel Filme dazu zeigen. Ich persönlich rauche und trinke nicht. Ich treibe Sport und esse gesunde Lebensmittel. Meiner Meinung nach bewirkt das ein langes und gesundes Leben und ist besser als Medikamente. Außerdem bewege ich mich im Freien. Meine Hobbys sind Radfahren, Wandern und Schwimmen. Wenn man fit ist, lebt man ohne Schmerzen. Dadurch ist man gelassener und kann zudem viel Geld sparen. Auch wenn man dies den Schülern sagt, ist es für sie manchmal schwer zu verstehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. In diesem Text hat sich ein kleiner Fehler versteckt. Könnt ihr ihn finden? Bis dann. Ciao. Ciao.